Wie kommen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten umweltfreundlich in die Arbeit? Wie sehen interne Trainings aus? Wie organisiert man diese und wie gestaltet man diese? Mein Name ist Sandra Hayek, ich arbeite in der HR-Abteilung und arbeite dort im lokalen Learning & Development Team. Du fragst dich jetzt bestimmt, was sind so die Vorteile eines studentischen Mitarbeiters bei der AT&S und was gehört zu den täglichen Aufgabengebieten? Zu meinen täglichen Arbeiten gehört unter anderem, Trainings zu organisieren und diese zu evaluieren, aber ich bin gleichzeitig auch eine Ansprechperson für Mitarbeiterinnen, die Fragen diesbezüglich haben. Eine meiner Aufgaben ist aber auch, mich auf Karrieremessen wiederzufinden, wo ich junge Studenten und Studentinnen, aber auch Schülerinnen und Schüler ansprechen kann, um sie eventuell auch davon zu überzeugen, zu uns ins Unternehmen zu kommen. Zu den Vorteilen der AT&S gehört die Flexibilität, die sich insbesondere durch das Homeoffice widerspiegelt. Das Homeoffice ermöglicht mir eine bessere Vereinbarkeit vom Studium und Beruf. In Prüfungszeiten und insbesondere, wenn ich sehr, sehr viel zu lernen habe, genieße ich es sehr, dass ich die Möglichkeit des Homeoffices nutzen kann. Bist du Studentin oder Student in der Steiermark und gerade auf der Suche nach einem spannenden Job neben deinem Studium? Dann bewirb dich jetzt bei der AT&S.